An diesem Black Friday können Sie auslappen, denn Sie sind hoch trainierte, eingebettete Eliteagenten. Wir sind... The Division. So Alf, bitte einmal schwer. Ja, ja, ja. Weg dich da nicht so in den Einkaufswagen wie der andere. Warte mal, Schwierigkeit ist auf G. Nehme mal schwer. So. Festlegen. Schwer. Eins nach dem anderen. Geht los, ne? Ja. Die Instanz hat auch irgendeinen anderen Eingang, der nicht so übel ist wie der hier, so nebenbei bewerbt. Times Square und Strom gelesen, kommt jetzt dran. So. So. Dann Cut machen. Nein. Das haben wir ja vorhin schon gemacht. Bevor der Strom im ganzen Bezirk ausfällt. Oh, guck mal, der schmeißt schon da. Wo soll sie durch die Reparatur führen? Glaube ich. Hoffe ich. Gott. Oh, Schroti. Ah, die Liedernen, die sind jetzt schon eine Schwierigkeit. naja das ist ja auch hier ob wir uns schon mal sowieso was anderes ja das stimmt na also da ist noch da sind unten sind auch noch welche oh mein gott wo die kommt zu mir oh scheiße irgendeiner hat mich attackiert dein leben spiel ich irgendwie attackiert als dann machte das eigentlich sind die da um zu verhandeln die wollen ich gar nicht angreifen ne komisch diplomatenspiel genau also kein deckungsspiel jetzt ist es ein diplomatenspiel ja wir führen ja ein robustes mandat aus wir sind in nordkorea ich kann mich gar nicht ganz ehrlich diese mission habe ich noch nicht so oft gespielt ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern wir spielen sie auch gerade merkwürdig muss ich an der stelle was sagen aber es okay ist mal was anderes oder wie der fängt wieder an alle um zu hauen rikas ausgeschaltet wir wollen also wir haben als vier die am anfang gemacht haben sieht wir eigentlich immer an diesen treppenraum hier vorne in der ecke festgenagelt worden und weiß ich ob sowas geändert haben oder nein das sagt daran dass die levels kraft und das nicht nur den schalter umlegen das reicht völlig nur den schalter umlegen naja dann wollen wir mal in richtung kräftigen als wir noch ein bild hatten konnte ich die leichen in dem raum als division agenten identifizieren alles andere muss warten bis wir herausgefunden haben was passiert ist so wo ist er denn der ist wieder hochgelaufen ach er wartet schon er wingt er winkt ja ja stell dir vor die hätten die animation nicht eingebaut was würde der crusader machen ich weiß auch nicht sie laufen also quasi mit einer zielscheibe auf dem rücken herum und so ein wertvolles ziel wie sie werden die sich nicht entgehen lassen weitere feinde entdeckt wo denn da so kommen zeit dich du drecksack ja also es geht doch scharfschütze rechts eingang in der straße und der rechten seit straße kommen auch noch ein paar scheiße wie bei counter-strike man darf mit der ak keine dauerfeuer machen das ist scheiße scheiße kann einer mal den vor mir da weghauen sind dabei also ich zumindest rechts links 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 der hat auf mich gezeigt mit dem finger mit dem nackten finger ja auf angezogene leute oh mein gott kennst du den spruch noch quatsch nein niemals warum habe ich ihn dann eben zitiert ja ja nein das hat meine mutter früher man zeigt dich mit nackten fingern auf angezogene leute so in der richtung habe ich dann auch geantwortet ja ich auch weitere feinde entdeckt ja da hätten wir wieder zurück auf die kreuzung hinter uns ist noch ein sniper wo ist denn hinter uns da wo eben waren der hat der ist abgehauen der dreck sack ich hole mir den ja da ist noch einer ich bin jetzt nicht mehr drei mann zwei mann nur noch rote kommt die denn jetzt ja gehören die zu einer anderen mission es kann sein dass wir aus der hauptnissen rausgelaufen sind vermutlich schon mal ja ich komme goldenen ja das ist ein bisschen unangenehm es fehlt uns das richtige t ich habe keine munition mehr in der einwaffe wo ich direkt da wieder rausholen ab zu und zweiten jetzt bin ich alleine der goldene läuft auf die straße jawohl der ist dauernd saugut so elf du lässt dich gerade sterben ach du armer du hättest ja mal was sagen können weißt du hast einen mund zum reden habe ich du komm weiter geht stell dich mal nicht so an hast du die bewahrungskamera vermutlich mal nein da müsste doch jetzt auch irgendwo mal eine munitionskiste kommen oder hier ja komm mal mit komm mal mit euch mal die kammer hier anschmeißen oder wir sind online wir kriegen natürlich jetzt ganz ärger echt an die mission kann ich mich absolut nicht erinnern aber ist auch gut so dann ist es für mich wie als wenn ich das spiel neue spiele perfekt sozusagen ja war nur einer sie können jetzt mit der reparatur des trafos irgendwie schon ja alter kommen noch mehr ärger ist ja nicht so als wäre meine arbeit auch irgendwie richtigen wir brauchen einen funktionierenden sicherungskasten und wieder alles zum laufen zu bringen war in geld der stromversorger hat ein wagen für reparaturen geschickt aber die wurden nicht eingetragen das heißt sie wurden auch nicht ich komm zu mir das heißt die ersatzteile also auch der sicherungskasten sind noch in dem wagen ich gehe rechtes mal einer der dreckstar komm hoch welcher ist denn das welcher agent na also so crusader sieht ziemlich mitgenommen aus halb stehen crusader sagt heute zu wenig er ist müde bin ich müde bin ich geh zur ruhe hast du nachtschicht gehabt der wochenende noch schlimmer immer diese freundin und so ein scheiß ja 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 halt 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 wieder zurück hier ich oh das sind aber eine ganze menge ja richtig ärger au 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 den sicherungskosten stöpseln sie einfach in den trafo ein ich markiere ihnen die stelle und wenn wir glück haben und es klappt erstrahlt der times square als wäre er wieder voller touristen mal hier die kiste nehmen heben sie sich keinen bruch ich habe immer so frei gelesen rechnen sie nicht mit einer entschädigung wenn sie sich den rücken kaputt machen tja da sagt er gleich heben sie sich keinen bruch oh sie kommen schon da bin ich doch gar nicht hin hier will ich hin runter runter warum haben sie mein geschütz kaputt gemacht machen die das jetzt schon in der stufe ja warum nicht wenn es angegriffen da waren sie es kaputt ja war schon immer so nein ich liege ich komme zu dir komm zu mir danke schön ein agent aus ihrem team ist getroffen und brauche unterstützung noch sonst alle bei mir kann ich mir zielen nur den haben wir doch gleich oh mein gott die schmeißen dann auch immer gleich granaten also jetzt droppt auch mal wieder was ist schon lange her ich habe grüne drops die sind aber nicht bin ich ja schon zu weit gegangen kann das sein hat dies plötzlich aufgetaucht ja kann dafür boden von mir oh mein gott schön oh mein gott das war knapp also so knapp war schon lange nicht mehr war nur noch millimeter oh wieder millimeter attacke da ist ein goldie hat er den bestellt links ich komme ich komme crusader was für die hast du dich schon goldie du drecksau oh mein gott oh mein gott oh mein gott jawohl gab es dafür jetzt nichts leute sonst gab es immer bei goldies gab es wenigstens irgendwas was ich hole mal die stromdings da ja genau die sicherung bitte einmal holen oh mein gott dass die zivilisten hier rumlaufen macht mich so fertig komm zu mir ja ich komme zu dir zivilisten muss ich aber erstmal nur helfen ja ich nehme doch mal hier rechts werde ich auch gleich mal angepinkt hier rechts werde ich auch gleich mal angepinkt vorsicht nimm die nimm der buffer und dann lässt du das ding fallen nimm der buffer und dann lässt du das ding fallen ja irgendwo unterwegs bist du gerade ja ja ich bin auf dem weg zu dir mitten auf der straße ich liege im kalten gruppenbeobachtung komm her dann guck mal den misch nicht zu lange zu crusader ist wieder oben nein nein von dir rede ich auch nicht ja bin ich weil ich gerade ein bisschen die über sich verloren hatte bei mir startet jetzt von selber neu ach ja ja ist okay dann kannst du wieder zu uns kommen ja ich komme bin schon auf dem weg da sind zwei goldene sehe ich ja wo ja wo ja wo 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 Untertitelung des ZDF, 2020